Okay. Bleib unten, bleib unten. Okay, und jetzt lass alles nach vorne fallen. Alles nach vorne. Nacken locker, Gesicht locker. Alles locker. Und atme. Und noch mal tief durch die Nase ein. Und hör aber durch den Mund aus. Genau. Okay. Jetzt gehst du noch mal nach vorne. Gerade Rücken, gerade Rücken. Jetzt lockern wir deine Hüfte. Sehr gut, machst du das. Okay, jetzt komm wieder hoch. Komm hoch, dreh dich um. Wir arbeiten an den Schenken.